So Ich hoffe ich krieg das ding jetzt Tod irgendwie mit der drohne notfalls Gut und sich die drohne mal eines weiter schon mal und lass ihn nachladen So und dann sowohl harlequin als auch der tiergeist gehen auf overwatch hier Und aber so richtig direkten overwatch und mit der richtigen waffe diesmal So Ignorce the pass stelle ich da auf Und da kann die kann kein overwatch schade Okay das ging daneben gott sei dank Gut damit sollte man den geist hier fast schon platt haben Stelle ich mich selber einmal erstmal hier auf Dann schießen sowohl harlequin Als auch der tiergeist noch einmal in hoffnung dass das ding schon platt geht sehr gut Weil das war jetzt auch mal meine hoffnung dass ich mit dem tiergeist hier nochmal nochmal nachmachen kann Nochmal mit drauf fahren kann dass man dieses bisschen möglichst schnell totkriegen Wow Und da das so ist sich Havelock direkt mit davor damit wir in der nächste runde das ding platt kriegen irgendwie Die hoverdrone ziehe ich um die ecke und sie schießt einmal Zweimal Gut jetzt ist es platt Das heißt nachladen und in der nächsten runde vor rennen mit dem mit den launchern So Daneben sehr schön und dann wird es auch wieder zeit fürs heilen Kann ich von hier aus treffen line of sight ist blockt schade So aber gekrittet trotz fernschuss sehr schön Die drohne ist mir erst mal banane Ich will Oh gott jetzt muss ich hier nachladen das sollte ich trotzdem immer vorher machen auch wenn ich jetzt in einer besseren situation bin als beim letzten mal Daneben daneben Und harlequin Ja harlequin muss ich jetzt für eine ap vorziehen und hoffen dass er trifft wenn nicht dann War gott sei dank Nicht wird schwierig so jetzt mal erst mal runden ende wieder als nehme ich mir den harlequin Und der harlequin schaut mal was er so weg heilen kann Kann eine fünf weg heilen bei sich selber eine eins Bei ihr gar nichts macht er mal hier die fünf Und macht den reload So und auch ich mache den reload So und ich denke es ist schon Relativ klar zu erkennen dass das ganze deutlich besser läuft als es beim letzten mal war weil Ja einfach weil ich glaube ich ein bisschen bescheid weiß inzwischen Schau mir der drohne mal da rein Da gibt es noch einen zusätzlichen raum Schau ich mir den an Da war ich das letzte mal nicht drin in dem raum oder wir sind direkt nach der links oben raus oder irgendwo Riecht mich jetzt Ne da ist gar kein ausgang Aber da ist noch ein terminal das werde ich mir mal anschauen Das passt schon das hier war der richtige ausgang da hinten okay Ich hoffe nicht dann unterwegs vielleicht trotzdem einfach noch ein zwei medpacks oder sonst noch sowas zu finden Das wäre einfach cool wenn wir ein bisschen mehr heilung dabei haben am ende So Die werden hier trotzdem alle warten Bis ignores the path oben sich das terminal angesehen hat Weiß nicht mehr was es da für info gab Ja chicago is listed as a priority So Gut Das ist keine so wichtige info weil jeder weiß glaube ich um was es hier geht ne Also zumindest jeder der sich sharon schon mal angeguckt hat Das ist nicht mein let's play oder nicht irgendein let's play sondern Der halt das sharon universum an sich kennt Der weiß ja warum hier chicago als Primary target eingezeichnet ist da geht es dann halt einfach ziemlich rund demnächst So Ich bin fast dafür ich mache ja nochmal dasselbe was ich vorhin gemacht habe ich hau einmal aim auf den ghost Und haut dann einmal haste auf den ghost Warte dann noch eine runde oder schicke ich ihnen direkt die runde durch Ach wisst ihr Warum zeit verschenken Ne wir warten die runde weil hier ist eh geblockt So herr block Tür auf So und wir laufen davor So und die drone die kann sich das angucken Gute alte nur ein pile of broken bodies Ja Wir bringen uns erstmal nur Wir bringen uns für zwei für drei ich weiß es nicht komm ich gehe ganz vor mit harlequin schon mal So Der ghost Der geht auf jeden fall dahin Und dem machen wir einfach auch mal so ein overwatch drauf Drohne Nerft ziehe ich weiter Und ignore the path Ignorce the path Ignorce the path Kann sich hier ein Apokalypse holen so wie es aussieht Not enough IP aber dann nächste runde Enemy turn Enemy turn Nix passiert So und der tiergeist Den tiergeist Den tiergeist den stelle ich mal da direkt in Ach das ist gar nicht der tiergeist das ist meine Drohne Auch okay Hey die reichweite ist ja nicht schlecht Und 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 Zump daneben macht nix So Mr. Harlequin Kann sich hier mal in deckung stellen Und vielleicht kann aber auch schon irgendwas interessantes casten Komm auch sonst ein mana bolt Schadet ja nix So Der tiergeist Der kann hier bequem 3 AP ausgeben um da hin zu kommen Und kann dann immer noch einen gezielten Schuss abgeben Und deswegen war das gar nicht so schlecht die Entscheidung mitzunehmen Ich hab mir gedacht Der ist doch eigentlich ist der doch relativ scheiße Aber es ist gar nicht wahr Und es ist aber eine Pestilenz Und keine Apokalypse Aber das ist egal Alles ist gut So Ich stell mich mal da weiter in deckung erstmal mit der Buchen Das ist schade Das hat nämlich ziemlich viel Schaden gemacht Das ist noch schaderer Weil das hat auch viel Schaden gemacht So und jetzt Exakt jetzt wird es unbegemütlich hier Aber es hilft nix Wir müssen da rein Und Wir müssen Schaden machen Wir müssen diese Leute Und diese Biester Irgendwie ausschalten 18 Damage Braucht möglichst wenig Ziele Gegen die wir vorgehen müssen auf einmal So Harlequin Eins Oh nein Haut echt daneben mit seinem Schwert Der tolle Harlequin Und dann mach ich dir mal so ein Self-Heal Würde ich sagen Na komm mach auf dich selber Harlequin So es sind 5 HP Es sind 5 HP So Der The Ghost Puh Der haut seine Granate auf den Bug Das war eine Phosphorgranate Die ein bisschen weiterlaufenden Schaden macht dann Und dann schauen wir mal Das mit dem einen Bug hier relativ schnell um die Ecke bringen Das sollte ja ganz gut funktionieren Dass der jetzt Das der quasi automatisch stirbt eventuell So Und Pestilenz Ganz viel AP bitte Und Oh guck mal Die Pestilenz kann Sachen machen Kann blinden Kann confusion machen Disease Accident Schauen wir mal Wir ziehen die Pestilenz erstmal für 2 AP hier rein Volles niedliche Tierchen Voll putzig Voll knuffig Okay Das ging daneben Das ist sehr gut Das ist sehr schlecht Das ging nicht daneben So Ich ziehe Havelock Hier hin Und Hm Komm Wir müssen schauen Dass wir das da hier irgendwie tot kriegen Ich lasse jetzt eine AP nochmal stehen Jetzt gehe ich mit dem Ghost her Komm Wir brauchen einen gezielten Schuss Kann ich noch nicht wieder machen So Genau Das habe ich mir gewünscht So Der Ghost hat noch 2 AP So Und jetzt gehen nämlich alle Auf Overwatch Mit Den Werfern Meine Wolfhauen Ziehe ich nach Ach Gott Sie hat Müsste nachladen Sogar So 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 Und dann der hier Geschichte sein Das ist schon mal gut So Und auch Harley Keen Geht auf Overwatch Müsste sich eigentlich recht dringend auch mal heilen Der Gute Ja da wird dann eventuell trotzdem das erste Metal drauf gehen Ha So Dann hier Die Pestilenz Kann hier hoffentlich erstmal ein bisschen was Existream Na Leider daneben So Jetzt kommt der eine von hinten Den hat die auch noch so halb im Kopf irgendwie Puh Daneben Gott sei Dank Schöne Geräuschkulisse übrigens So Zack Das war's Nachladen So Die Wolfhaut Ziehe ich da hin Und die macht einen Overwatch Ne Die macht erstmal einen Reload So Und macht dann den Overwatch auf die Tür So Harley Keen Macht definitiv einen Heal auf sich selber Puh Und macht einen Reload Und Macht einen Mana Bolt Auf Den da Den Was ich weiß nicht was es war War ein Worker glaube ich Venom So Auch der Tierreist macht Reload Und Bewegt sich für eins Und schießt einmal So So Ignorce the Path Kann Einfach mal draufhauen Was das Zeug hergibt Weak 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 Schade So Escape Chance Chance Ist leider relativ hoch Da ging was auf meine Drohne Das mag ich so im Großen und Ganzen nicht wirklich Aber egal So Die Drohne Kann ja ein Repair Kit dann benutzen später Zack Das ist tot So Und dann machen wir hier wieder Overwatch nach hinten Harley Keen Nachgeladen hat er schon Genau Harley Keen geht her Dahin Und Overwatch natürlich auf den Bald wieder aufstehenden Genauso wie der Tier Ghost Und das ist halt Ultimativ Die dann so im Reaktionsschuss Platt machen zu können So Siege dann hier in Deckung Das war Ende der Phase Ja gut Minus 1 ist So Tot Have a look Nachladen Und Nachziehen Nur dahin So Jetzt die Wolf Drone Wolfhound Drone Sorry Die Hat das Piest gesehen Und Reload Das ist